So, nochmal zum Vergleich. Eben, ich habe jetzt hier ja etwa dieselben Verschmutzungen in den Ecken. Verschmutzungen, die man auf jeden Fall trocken nicht wegkriegt. Da ist nichts zu machen. Verschmutzungen, die man feucht, ein bisschen Seife einfach nur auch nicht mehr so leicht wegkriegt. Beziehungsweise nur mit sehr, sehr viel Kraft. Ja, also so richtig ist viel Arbeit und anstrengend. Nenne ich jetzt den SC4, Kärcher SC4, wieder dampfrangiger. Sieht das ein bisschen anders aus. Da gehen schon noch ein paar, wo man sieht, wie das weggeht. Ja, und es wird sogar wieder richtig hell. Ich mache das jetzt hier zwischen und hier hinten in der Ecke auch. Das ist alles mit wenig Kraft. Einfach nur drüber. Grundreinigung. Da sehen wir jetzt noch den Unterschied. Das nochmal zum Vergleich. , genau. Ich hole weiter.